Ich stehe hier gerade vor der Rübekamphalle in Pinneberg und mache gleich beim mittelalterlichen Schwertschaukampf mit und so langsam bekomme ich richtig Angst, weil um mich herum stehen ganz viele böse aussehende Menschen mit böse aussehenden Waffen, Schilden, Schwertern, keine Ahnung, jetzt habe ich echt Angst und ich werde gleich bestimmt richtig vermöbelt. Du benutzt einfach alles, was du an Muskeln hast, wenn du jetzt am Boden bist, wenn du stehst, du benutzt einfach alles. Gemeinschaft, du wirst hier super freundlich aufgenommen, ganz egal, ob du jetzt am ersten Tag dabei bist oder ob du schon Jahre dabei bist und einfach mal irgendwie ein Jahr Pause gemacht hast. Die Gemeinschaft ist einfach so super wie eine Familie. Wir freuen uns und fühlen uns sehr geehrt, Janina Heinemann, mich hier bei der Schule für mittelalterlichen Schwertschaukampf begrüßen zu können. Volk, das ist Janina! Hallo Janina! Hallo Volk! Hallo Janina! 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 Untertitelung des ZDF, 2020